auf Autofahren und Trifte regnet es kann man mal geschaut sein bei letzter Zeit abfasst in letzter Zeit war ich so oft mit Giffen ey ich muss bald kotzen ich sag's euch das ist so widerlich in diesem Kappladen jeden Tag Meckes 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 auch wenn ich jeden Tag aber jedes Wochenende die sechste Störten unser geliebter R.S. Steyr verdammt hat doch die Alter Level 132 hier waren wir was sagt ich euch schon meine Starts gezeigt die ich geändert habe ja ne ja das ist gut ja muss ich gezeigt haben da ich mir jetzt überall Level 60 Plus das war mein Ziel schon seit zwei Jahren scheiße ja klar und joa achso das was ich machen werde ist ähm und mir ähm dieses Mikrofon holen ähm was die größten YouTuber benutzen und dieses Mischpult ne halt dieses das Batzen Geld kostet dann werde ich mir noch ein NASA PC zulegen der kostet ungefähr der um die 12.000 Euro ach nein Spaß ähm ich werde mir ein Dings dazu legen die 1500 Euro selbst zusammengestellt Laptop ja Laptop sage ich auf der Fakten Rechner zwei Bildschirme ähm ein 16 also das was der haben wird ist ähm 7 Kerne also äh 6 Kerne i6 warte 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 so ne scheiße laber ich nicht mehr also ein Gamer PC NASA PC mit 6 Kerne also die i7 mit 16 Gigabyte RAM mit 3,2 Gigahertz pro Kern ne ist ne Leistungsmaschine alter ähm guck mal wie die geiern alter what the fuck alter mich erkennt sie von überall ähm um der neueste äh mit Wasserkühlung neuste Grafikkarte ähm also tausend Terabyte 200 Gigabyte SSD also ob es ist die Mascher Windows-Trofter mit dem Auto sofort gestartet diese Roque aber ich kann das sehen ich werde nächsten Monat anfangen um lange die Teile zu kaufen dann sind zwei bis drei Monate dauern weil ich das für mein Gehalt zahlen muss ich bin ja keine Pay-Huror ich sage euch Bescheid wenn ich es habe weil dann kann ich während des Zockens während ich aufnehme auf HD kann ich nur rendern ja hochladen nicht aber Render reicht schon ey wenn du gleichmäßig rendern und aufnehmen kannst hast du schon die halbe Miete Maa verpiss dich mit deinem Dunkelbogen Eier Vogel hier sind ja die erste Bastarde und dann müssen wir aufeinander Guck mal, wie er ist dein Lachtig denn? Nein, nicht sterben, nicht sterben. Der blöde Wichser sterbt. Naja, okay, er ist tot, aber was soll's. Du scheissken. Los geht's. Das sind die geilsten, die heilen uns einfach. Geil. Ja, so gewinnst du immer. Haben sie doch bei der letzten Aufnahme auch gemacht. Die ganzen Noobs gönnen einfach gar nichts. Die heilen einfach. Aber es gibt auch hier Aktivitätsballen, ne? Ich hätte eher erst seine heilen sollen, wenn ich scheiße. Fail. Geil. Er hat ein Arma-Dül-Götter-Schwert, ne? Und macht die Tray Special Angriff, Alter. Guckst du mal, guckst du mal. Wow, ich hab ein Fragment. Läuft hier irgendwo ein Nuko? Den wir nicht kennen? Da. Thomas. Wie ist der Thomas? Ja, Thomas. Du verdammter. Geh weg von wo du gekommen bist. Wir verbanen dich von diesem Ort. Du schrecklicher, schrecklicher Sünder. Ich bin nicht verarschen. Trink den nochmal um. Nee, mache ich das gleich. Mir ist auch egal. Es ist vorbei, ich bin tot. Irgendwie stirbt der nicht? Oder wird die Späne? auch zu schulettel das ist so jetzt lächerlich mann hier kommen immer mehr Nubs ey das ist ja wie in der Apokalypse Level 17 jetzt geht es ja aber los lass mich in Ruhe bis heute ist die Stärke die Städte sie schon wieder Leute gibt abwürdigte was ist denn das? Geht mal bitte ich mich schon jetzt tot äh in YouTube ähm Batman vs. Bean, äh, Bane oder so wie ja, Bean heißt er glaub ich nein Batman vs. Bane ähm in, äh Dings da dann Batman vs. Bean 60er Robin da kommt dann so, so, so Schauspieler, ne ähm die Kämpfe so Batman vs. Bean so da kommen so Robin so und strabsen so I'm Robin the boy und dann kommt Bane und Boxten einfach zusammen weil er so viel scheiße da war hat er ihn, schlägt ihn so kaputt schon so locker eine Minute die ganze Zeit aufs Maul so Bam 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 Boom Boom der so ganze Zeit so Robin aufgrund so äh äh da äh äh und dann ähm kämpfen die weiter äh Batman vs. Robin, äh Batman vs. Bean, ne Robin liegt da so, lehnt sich so an die Wand und macht so Schlaggeräusche so Bam Boom Bam so richtig witzig ey und dann sagt Bane so Stop, I give up, the boy sucks und sowas ey, der ist voll am auslassen er gibt einfach so auf, weil äh Robin so viel Scheiße labert der kann doch gar nix was ist denn mit dir halt die Fresse Stop, Nigga, stopp mein Handy vibriert schon wieder in die F-Mail okay, jetzt geht's ja aber los und jetzt aufs Maul oder später, hm ey, wieviel Special Moves hatten und dann geht's ja hey 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 naja ah sombo wo ist da noch einer what the fuck äh, kein Wunder, dass ich so viel singe na, Jude Jude du scheiß Judas äh, wir schaff 14 Nachrichten von 3 Kontakten 2 Nachrichten habe ich von 2 verschiedenen Kontakten 12 weitere von 1 1 einzigen Kontakten super ja, das Lied geht ab was ist das denn für ein Lied? was ist das denn für ein Lied? bass, bass extrem bass extrem bass was ist denn für eine Gefahr? ich fang gleich hier an zu tanzen 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 Jetzt Warte, der war schon mal einbekommen Guck mal, der heilt sich, Alter Ist der besoffen oder was? Mach auf Nein, der stirbt Nein, Bruder Pack die noch Ich pack die alle Scheiße, er killt den Verdammter Jude Nein, der High-Leveler ist wieder da Scheiße Sag mir jetzt nicht der Runit Samura komplett gestorben Versager War mir so klar, dass der Wichser zu mir kommt Komm her BAM In your face Er hat mir One-Hit gegeben Ach du Scheiße Wie ich als Geist aussehe Wie ich als Geist aussehe Wie ich als Geist aussehe Guck mal, er ist ein Der Sau Ja, verdammtes Scheiße, Mann Einfach so Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein